In diesem Video möchte ich mit euch das Unternehmen Nemechek aus Deutschland analysieren. Der Konzern im Softwarebereich hat sich zum Ziel gesetzt, die gesamte Bauindustrie zu digitalisieren. Also man deckt eigentlich mit seinen Software, die man entwickelt, die man anbietet, fasst die gesamte Wertschöpfungskette in der Bauindustrie ab und bietet überall entsprechende Lösungen, um auch Kosteneinsparungen für seine Kunden zu erzielen oder einfach Prozesse zu vereinfachen, zu verbessern. Das Unternehmen hat sich sehr gut entwickelt in den letzten Jahren. Das sieht man auch am Gewinn, das sieht man am Umsatz. Und deshalb schauen wir uns dieses Unternehmen jetzt im Detail an und werfen natürlich wie immer auch einen Blick auf die Kennzahlen punkto Fundamentalanalyse, punkto technische Analyse, Chartanalyse, aber schauen natürlich auch wie immer, ob die Aktie aktuell fair bewertet ist oder nicht. Wenn dich das Ganze interessiert, dann bleib doch einfach dran. Mein Name ist Matthias Christen und ich helfe Menschen dabei, langfristig erfolgreich an der Börse zu investieren, sei es via Einzelaktien, ETFs oder Optionen. Wir gehen jetzt gleich rein in die Analyse und schauen uns zunächst mal wie immer die Entwicklung des Aktienkurses an und vergleichen diese Entwicklung mit direkten Konkurrenten oder anderen Marktteilnehmern. Wir sehen jetzt hier in dieser Grafik, dass wir die Aktienkurse haben von Oracle, von Nemechek, vom breiten Index S&P 500 und von Autodesk. Das ist über einen Zeitraum von fünf Jahren und inklusiv Dividende. Und da sehen wir schon mal ganz gut, dass sich Nemechek relativ gut geschlagen hat. Man hat in den letzten fünf Jahren eine Entwicklung, eine Rendite von 118% für seine Aktionäre erzielt. Das ist wirklich durchaus ordentlich. Wenn man das jetzt vergleicht mit Oracle, der jetzt vielleicht nicht ein direkter Konkurrent ist, man bietet zwar auch ähnliche Dienste an ähnliche Produkte, aber man ist natürlich schon auch im Softwarebereich unterwegs, dann hätte Oracle hier noch ein bisschen besser abgeschnitten mit 141%. Der S&P 500 hätte 54% Rendite erzielt und der direkte, grösste Konkurrent von Nemechek, wenn man so will, wäre dann Autodesk mit 54% Rendite relativ abgeschlagen. Wir sehen aber auch, wenn wir uns das mal genau anschauen, dass das doch immer wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist. Also gerade jetzt in der letzten Entwicklung, in den letzten Wochen, Monaten hat die Aktie von Nemechek sehr stark zugelegt und Autodesk ist eigentlich eher etwas vor sich hingedümpelt und hier hat man dann eigentlich diesen grossen Vorsprung innerhalb kürzester Zeit erzielt. Da sieht man mal wieder ganz gut, wie schnell das an der Börse gehen kann, dass teilweise grosse Renditen, grosse Sprünge in kurzer Zeit geschehen können und nicht zwingend über Jahre entstehen, sondern das wirklich sehr komprimiert in einer sehr komprimierten Zeitspanne. Auch funktionieren kann. Wenn wir uns zum Beispiel im Jahr 2021 anschauen, dann hätte hier Autodesk die bessere Rendite erzielt. Also eben, das ist ein sehr dynamisches Umfeld und das sieht man hier einmal ganz gut an dieser Grafik. Wir sehen auch ganz gut, dass die Aktie von Nemechek gerade jetzt Ende 2021 einen kometenhaften Aufstieg hatte und danach kam dann aber auch der grosse Abverkauf. Die Aktie hat um plus minus 60% korrigiert, aber zuletzt ging es jetzt wieder nach oben und deshalb schauen wir uns mal an, tauchen wir etwas tiefer ein in das Unternehmen, in die Analyse, um zu schauen, ob gegebenenfalls noch ein Einstieg sich lohnen würde oder ob zumindest temporär der Zug schon abgefahren ist. Also, zunächst mal ein kleiner Überblick über das Unternehmen. Mit was haben wir es zu tun? Wir haben aktuell einen Börsenwert von ca. 8,6 Milliarden Euro. Die Aktie ist im Einjahresverlauf, also in den letzten zwölf Monaten, um etwa 12% gestiegen. Wir haben einen Umsatz im Jahr 2022 erzielt von etwa 802 Millionen Euro. Das Wachstum punkto Umsatz in den letzten fünf Jahren betrug stolze 14,3% pro Jahr und der Gewinn lag im Jahr 2022 bei 162 Millionen Euro. Das Wachstum beim Gewinn noch mal etwas stärker als beim Umsatz, in den letzten fünf Jahren im Durchschnitt bei 18,7%. Also wir haben es mit einem Wachstumsunternehmen zu tun, natürlich aus dem Software- und Technologiebereich. Da spielt die Musik natürlich aktuell sehr stark. Aber das ist wirklich ein solides Wachstum, das man hier hinlegen kann. Und vielleicht auch mal interessant, ein Software-Unternehmen aus Deutschland. Man muss nicht immer zwingend in Silicon Valley schauen oder allgemein in die USA, sondern es gibt teilweise wirklich auch sehr interessante Unternehmen aus Deutschland. Also gut, werfen wir mal einen Blick ins Business von Nemechek. Was macht man überhaupt? Wo ist man tätig? Ich habe es eingangs bereits erwähnt. Man ist in der Bauindustrie vor allem zu Hause und stellt hier oder entwickelt Software. Also Nemechek sagt von sich selbst, unsere 13 Marken bieten Softwarelösungen für den gesamten Lebenszyklus von Gebäuden und Infrastrukturprojekten, von der Planung und Visualisierung eines Gebäudes über den eigentlichen Bauprozess bis hin zur Gebäudeverwaltung. Also man sieht, man deckt hier wirklich in verschiedenen Segmenten so ziemlich die ganze Wertschöpfungskette ab, hat eigene Software, eigene Marken hier entwickelt, auch gewisse Marken natürlich integriert, aufgekauft. Nemechek kauft immer mal wieder andere Unternehmen auf und integriert dann diese Software, diese Marken in den Konzern. Das hat bisher auch relativ gut funktioniert. Ich denke mal, die grösste Integration war Maxon, das ist jetzt aber schon einige Jahre her, wo man sich dann auch ein bisschen diversifiziert hat. Klar entwickelt man da auch Media-Inhalte, also sehr schöne Grafiken für die Bauindustrie. Das sieht man dann zum Beispiel bei Visualisierungen für die Innenarchitektur etc. Aber man ist hier in diesem Segment auch durchaus tätig für Themen ganz abseits von der Bauindustrie, für die Filmindustrie, für die Game-Industrie. Und das hat durchaus noch Zukunftspotenzial. Es ist nämlich auch das Segment, die Sparte, die das grösste Wachstum hingelegt hat in letzter Zeit. Das schauen wir uns aber nachher nochmal im Detail an. Man sagt auch von sich selbst, dass man weltweit mehr als 6 Millionen Kunden hat. Also man hat wirklich hier eine schön breite Kundenbasis. Also, dass man sich einfach mal vorstellen kann, wo ist man tätig. Also man kann sich vorstellen, Flughäfen, Bahnhöfe, Häfen, das muss ja alles geplant werden. Das muss alles, die Prozesse, die müssen optimal ablaufen. Hier gibt es immer wieder Verzögerungen. Und wenn man das natürlich nur schon ein bisschen verringern kann mit der richtigen Software, ist das ein enormer Mehrwert für die Kunden. Da ist man tätig. Natürlich auch bei Büros, Gewerbebauten, Hotels, Bildungseinrichtungen, Schulen, Universitäten. Also wirklich grosse Infrastrukturprojekte, Bauprojekte. Die müssen natürlich ordentlich geplant sein. Die müssen auch vom Design her, von der Planung her, schon der Visualisierung und alles. Da braucht es Software, da braucht es Unterstützung im digitalen Bereich. Und da ist man mit Nemecek unterwegs. Natürlich auch im Wohnungsbau, ganz klar. Gesundheitswesen, Spitäler etc. Infrastruktur, grosse Brücken- und Tunnelprojekte. Aber eben auch Innenarchitektur, wo es dann vor allem um die Visualisierung geht. Landschaftsplanung, Sportstätten, Stadien, nachhaltige Gebäude, was immer mehr auch zu einem grossen Thema wird. Nachhaltigkeit, wie man das Ganze planen kann. Mit effizientem Rohstoffverbrauch, dass man hier nicht unnötig umgeht. Mit Ressourcen, aber auch dem Kulturbühnenbau und eben auch Media Entertainment. Ein bisschen weg von der Bauindustrie. So, mal als Big Picture, wenn euch das Ganze wirklich im Detail noch interessiert, ganz wichtig, schaut euch das Unternehmen im Detail an, geht auf die Website, informiert euch, macht noch eine ordentliche Unternehmensanalyse. Das kann ich natürlich nicht in diesem Video alles abdecken, dass wir den Rahmen komplett sprengen. Es geht jetzt hier wirklich darum, mal einen groben Überblick zu verschaffen, mit was wir es zu tun haben. Also gut, gehen wir rein so ein bisschen in den Jahresabschluss 2022. Und hier habe ich mal ein paar spannende Informationen rausgepickt. Zum einen, für mich sehr wichtig zu sehen, im Softwarebereich, da gab es eigentlich so einen Shift in den letzten Jahren, dass man ein bisschen wegkommt vom Lizenzverkauf von einzelnen Software, die man über Jahre hinweg nutzen kann, hin eigentlich zum Thema Software vermieten. Also kann man sich vorstellen, Software as a Service, also dass man quasi immer die neueste Software hat, die neueste Version, man zahlt dafür aber monatlich oder jährlich dann auch eine gewisse Gebühr. Und das Schöne an diesem Modell ist, wo es immer mehr hingeht, also fast alle Softwareunternehmen wollen in diesen Bereich rein, weil es halt sehr gut planbar ist. Also wenn ich jetzt einen Kunden akquiriere und abschließe, dann weiss ich, ich bekomme quartalsweise, monatlich oder jährlich, meine Umsätze wieder, kann das sehr gut planen, meine Liquidität entsprechend auch so einsetzen, dass das Wachstum optimal voranschreiten kann. Und da sehen wir, dass bei Nemecek wirklich auch das in die Richtung geht. Wir haben bereits in diesem Bereich von den Erlösarten bereits 66,4% der Umsätze, die in dieses Mietmodell, sage ich mal so einfach, reingehen. Und dafür wird das Softwarelizenzenmodell geringer. Also es gibt wirklich einen Wechsel. Wir werden dann auch sehen, dass in dieser Übergangsphase, dass es auch gewisse Kosten verursacht, dass es gewisse, bei der Profitabilität etwas, zumindest mal eine Verschiebung gibt. Weil wenn man jetzt eine Softwarelizenz verkauft, einmalig, dann ist das natürlich ein einmalig relativ grosser Betrag, der da fällig wird. Aber dafür kommt dann später lange Zeit nichts. Jetzt bei diesem Mietmodell ist der einmalige Abschluss, wenn man jetzt einen neuen Abschluss verzeichnet oder die Kunden auch migriert in dieses Mietmodell, fällt vielleicht im Moment etwas weniger Ertrag ab. Dafür ist dieser kontinuierlicher. Und deshalb sehen wir dann auch, dass der Gewinn jetzt zumindest mal für dieses Jahr 2023 auch ein Stück weit zurückgehen wird. Das ist aber nicht besorgniserregend. Das hat wirklich damit zu tun, weil man hier einfach einen Wechsel vollzieht. Also eben weg von diesem einmaligen Softwarelizenzmodell hin zu diesem Mietmodell. Das kann man sich so merken. Das ist die Zukunftsstrategie von Nemetschek. Okay, Jahresabschluss. Die wichtigsten Kennzahlen. Der Konzernumsatz stieg um 17,7% auf 802 Millionen Euro. Das Wachstum hat in allen Segmenten stattgefunden. Also nicht nur in einem Hauptsegment, sondern wirklich alle Segmente konnten wachsen. Das ist auch immer sehr schön zu sehen. Der Anteil wiederkehrend der Umsätze stieg auf 66%. Im Vorjahr war das noch 61%. Das hat eben auch damit zu tun mit diesem Software-as-a-Service-Modell. Das ist sehr gut. Das gefällt mir außerordentlich gut hier bei Nemetschek. Und man hat sich deshalb auch entschieden, hier eine neue Kennzahl einzuführen. Das ARR sagt eigentlich nichts anderes, wie viel Prozent vom Umsatz ist jährlich wiederkehrend. Das ist eine Kennzahl, die im Software-Bereich jetzt immer wichtiger wird. Und deshalb hat man sich hier entschieden, das künftig auch so abzubilden. Also, der EBITDA, also der Gewinn, Konzernergebnis vor Zinsen und vor Steuern und Abschreibungen, der stieg auch nochmal um fast 16%, auf 257 Millionen Euro. Und das war absolut dann auch im Rahmen, wie man das Ganze prognostiziert hat. Der Jahresüberschuss, also wahrscheinlich wirklich der Nettogewinn, der stieg dann nochmal auf 20%, um 20% auf fast 162 Millionen. Das einfach mal so als wichtigster Überblick für das Geschäftsjahr 2022. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf das aktuelle Quartal und vor allem vielleicht noch einen Ausblick auf das Jahr 2023. Also das Q1 ist wieder sehr gut gestartet. Wir haben 40,6% Wachstum hinbekommen bei diesem Subscription und Software as a Service. Eben der Shift hin, also weg vom einmaligen Lizenzverkauf zu diesem Mietmodell. Da geht das Wachstum rasant weiter. Und entsprechend steigt dann auch dieses jährlich wiederkehrende Umsatz, diese Kennzahl, die steigt dann nochmal um 23,5%. Jetzt zumindest mal im ersten Quartal 2023. Das Umsatzwachstum stieg nochmal um 6,5% gegenüber dem Vorjahresquartal. Und die EBITDA-Marge lag noch bei hohen fast 30%, die ist etwas zurückgekommen gegenüber dem Vorjahresquartal. Das hat man jetzt hier gekonnt ein bisschen ausgeklammert oder nicht so signalisiert. Wenn man da ein bisschen genauer hinschaut, findet man das natürlich im Abschluss. Aber man muss etwas aufpassen, wenn man solche Jahresberichte liest oder nur die Schlagzeilen liest, dann sieht man nur immer die positiven Dinge und die negativen Dinge, die kommen dann irgendwo zu Hintest oder irgendwo kleingedruckt. Nein, das ist jetzt etwas überspitzt dargestellt. Aber man muss ganz klar sagen, dass man jetzt mal für dieses Jahr weniger Gewinn anpeilt hat, aber aus den Gründen zu tun, die ich vorhin erwähnt habe. Im Prinzip der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt. Also Umsatzwachstum in der Bandbreite von 4 bis 6% soll eingehalten werden und die EBITDA-Marge zwischen 28 und 30% soll man auch einhalten können. Man hat sogar ein bisschen weiter in die Zukunft geblickt. Also die Ziele für das Jahr 2024 und Jahr 2025, die hat man auch nochmal bestätigt. Schauen wir uns nachher nochmal ganz kurz an, was das bedeutet. Okay, hier nochmal ganz kurz der Blick in die Kennzahlen. Eben zunächst mal vom Umsatz her sieht das alles sehr gut aus. Wenn man jetzt aber den Gewinn anschaut, die Marge, dann ist das tatsächlich rückläufig, dass man das einfach hier nochmal anhand der Kennzahlen sieht. Also EBITDA in Q1 2023 bei 61 Millionen, in Q1 2022 waren das noch fast 70 Millionen. Das ist eine Veränderung von fast minus 13%. Aber eben überhaupt kein Problem, nicht besorgniserregend. Das hat einfach damit zu tun, dass die Verrechnung dieser Softwaregebühren einfach zeitlich anders abläuft. Deshalb immer wichtig, wenn man Einbrüche sieht beim Gewinnen und hier dann nicht gleich in Panik ausbrechen, sondern mal recherchieren, mal reinschauen, mal vielleicht sich dann etwas genauer mit dem Unternehmen auseinandersetzen. Da muss man wissen, wo man sich die Informationen holt. Und dann findet man relativ schnell heraus, dass das dann in vielen Fällen gar nicht so wirklich ein Problem ist. Also werfen wir mal einen Blick auf die Aktionärstruktur. Das ist auch sehr interessant bei Nemetschek. Also wir haben es hier wirklich mit einem Familienunternehmen zu tun. Ein Grossteil der Anteile, der ist eigentlich noch innerhalb der Familie. Also wir sehen jetzt hier die Familie Nemetschek, also die Söhne, die halten noch 5,4% der Anteile. Professor Georg Nemetschek 2,7%. Die Stiftung Professor Georg Nemetschek hält fast 39% der Anteile, also der grösste Anteil des Kuchens, wenn man so will. Und dann gibt es noch die Nemetschek Stiftung 4%. Da hat man so verschiedene Konstrukte gewählt, weshalb auch immer, wahrscheinlich steuerlich, wahrscheinlich irgendwo auch aus anderen Gründen. Aber zumindest kann man festhalten, dass hier wirklich ein sehr grosser Anteil des Kuchens hier eigentlich innerhalb oder noch von der Familie kontrolliert wird. Streubesitze sind dann 49%. Also im Prinzip 51% der Anteile wird noch durch die Familie gehalten oder durch die Stiftungen, die die Familie aufgeleistet hat. Okay, wer sitzt an der Spitze? Das ist Yves Badrinet. Er ist Franzose und ist jetzt noch nicht so lange an der Spitze von Nemetschek. Das ist jetzt 1,4, ein Jahr und vier Monate her, dass er hier die CEO-Rolle eingenommen hat. Zuvor war er als Berater bei verschiedenen Unternehmen tätig, aber auch für mindestens zwei Jahre war das bei Sinamedia. Das ist ein Unternehmen, das könnt ihr mal selbst recherchieren, aber es geht auch so ein bisschen in den Bereich Video-Software hinein. Zuvor war er sechs Jahre bei Cisco Systems und ist aktuell immer noch Verwaltungsrat bei Maxon. Maxon ist ein Tochterunternehmen von Nemetschek, das eben in diesem Mediadesign, in diesem Mediagrafik-Sparte tätig ist. Das hat man dann quasi mal übernommen, aber das ist schon einige Jahre her. Das ist einfach so als Background zum Geschäftsführer, zum CEO Yves Badrinet. Also, jetzt werfen wir mal einen Blick auf den Markt, in dem man überhaupt tätig ist. Es ist nicht ganz einfach, das zu deklarieren. Man ist in verschiedenen Bereichen tätig. Ich habe mir jetzt einfach mal einen Markt rausgepickt, der, wo ich denke, eine große Rolle spielt für Nemetschek. Das ist der Bereich CAD, also Computer Aided Design. Das ist ganz einfach gesagt eben quasi alles Digitale, das Designprozesse unterstützt, das aber auch Prozesse unterstützt, Bearbeitungsprozesse in der Industrie etc. Alles Computer gesteuert, Design gesteuert. Da kann man sich mal etwas schlau darüber machen, was das Ganze überhaupt beinhaltet. Aber im Prinzip kann man einfach festhalten, dass es ein Markt ist, der noch wächst. Der wächst jetzt nicht exorbitant stark, aber das Wachstum ist durchaus vorhanden. 2023 soll hier weltweit ca. 11 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet werden. Im Jahr 2028 soll das dann schon fast auf 14 Milliarden ansteigen. Also durchaus ein Markt, der Zukunftspotenzial hat, der jetzt nicht irgendwo vor sich hin dümpelt oder sogar auf dem absteigenden Ast ist. Das ist schon mal wichtig festzuhalten. Also, jetzt gehen wir wieder rein ins Unternehmen Nemetschek, schauen uns den Umsatz an nach Segmenten. Wir haben ja bereits festgestellt, dass man hier ein bisschen in verschiedenen Bereichen tätig ist. Natürlich zum grössten Teil schon in der Bauindustrie, aber man hat das jetzt unterteilt bei Nemetschek in diese vier Segmente Design, Build, Media und Manage. Und die Umsatzverteilung ist wie folgt. 49% wird dem Segment Design zugeordnet und 33% dem Segment Build und ca. 13% dem Bereich Media und noch ein kleiner Teil zu 6% dem Bereich Manage. Also Manage beinhaltet eigentlich quasi das ganze Verwaltungsthema, Gebäudeverwaltung. Media ist eben so dieses Grafiksegment, wo dann nicht nur in der Bauindustrie relevant ist, sondern ein bisschen auch aus der Branche hinweg. Das Thema Build, da geht es wirklich um Prozesssoftwares, die dann die Bauindustrie beinhalten. Und das Thema Design, da geht es dann mehr um Architektursoftware, Planungssoftware. Einfach ganz grob gesagt, hängt mich jetzt nicht da auf, da könnte man jetzt ganz tief einsteigen und jemand, der aus der Branche kommt, würde jetzt hier vielleicht das Ganze noch etwas deutlicher ausführen. Aber ich denke mal, das ist nicht meine Aufgabe, sondern meine Aufgabe ist hier mal einen gewissen Überblick zu verschaffen in einer überschaubaren Zeitspanne. Also, sicher noch interessant zu sehen ist, dass die Segmente von der Marge her ein bisschen unterschiedlich sind. Also das Media-Segment hat die höchste Marge, fast 45% Marge, die man hier erzielen kann. Das ist entsprechend auch das Segment, das am meisten noch wächst. Aber auch das Segment Build hat 39% Marge und das Design-Segment noch fast 33% Marge. Also das sind alles eigentlich sehr gute Werte. Letztendlich im Managed-Bereich sind das 8,2%. Die sind jetzt etwas klein, aber da muss man auch sagen, das ist das kleinste Segment vom Umsatz her. Entsprechend ist das ein bisschen vernachlässigbar oder spielt nicht so eine grosse Rolle bei Namecheck. Also, schauen wir uns das Ganze noch an. Die Umsatzverteilung regional. Da erzielen wir den grössten Teil in den USA. Also, da ist jetzt tatsächlich wahrscheinlich auch noch Südamerika drin. Also Amerikas allgemein. Da hat man fast 39% vom Umsatz, den man in diesem Bereich erzielt, in dieser geografischen Region. Dann kommt das Thema Europe without Germany. Also Europa ohne Deutschland sind knapp 31%. In Deutschland etwa 21%. Und dann haben wir noch das Thema, das Segment Asia-Pacific, wo man noch knapp 10% seiner Umsätze erzielt. Also man ist eigentlich wirklich international tätig. Relativ gut diversifiziert. Nicht allzu stark abhängig von einem Einzelmarkt. Das finde ich auch immer sehr interessant. Also, jetzt werfen wir noch einen Blick auf die Prognosen, wie es denn weitergehen könnte, punkto Umsatz. Wir sehen zunächst mal, dass die Umsätze eigentlich kontinuierlich jedes Jahr ansteigen. Also seit 2015, da hat man noch 285 Millionen Umsatz gemacht. Jetzt im Jahr 2022 bereits 800 Millionen. Also ein sehr schönes, starkes Wachstum. Und das Wachstum soll auch so weitergehen. Man prognostiziert, dass man im Jahr 2025 dann die Milliarde knacken wird. Also über eine Milliarde Umsatz erzielt werden soll. Und ich denke mal, das ist doch ein sehr ordentliches Wachstum, das man hier anstrebt. Jetzt schauen wir uns noch die Margenentwicklung an. Die ist eigentlich auch positiv zu werten. Wir sehen hier aktuell eine operative Marge von 23%. Eine Nettomarge von 19%. Das ist natürlich durchaus ordentlich. Klar gibt es Technologieunternehmen, Softwareunternehmen, die hier noch ein bisschen mehr erzielen. Aber ich finde, das ist schon in einem sehr gesunden Bereich. Vor allem sieht man auch, dass die Marge eigentlich kontinuierlich gesteigert werden kann. Es gibt immer wieder so kleine Schwankungen, Wellen, aber im Prinzip geht es langfristig nach oben. Aktuell ein bisschen Rückgang der Marge. Lässt sich aber eben darauf zurückzuführen, dass wir diesen Umstieg haben von diesem Kaufmodell zum Mietmodell. Und deshalb sehen wir auch, dass es kurzfristig zurückgeht. Die Prognosen sehen aber dann auch aus, dass es dann wieder ansteigen soll und dann neue Höchstwerte erzielt werden sollen. Spätestens dann wieder im Jahr 2025. Also grundsätzlich hier auch alles sehr schön. Eine sehr konstante, solide Entwicklung. Hier sehen wir nochmal die Gewinnentwicklung vom EBIT. Dass sich das auch sehr ordentlich entwickelt hat. Wenn wir zehn Jahre zurückgehen, im Jahr 2013 hatten wir noch einen EBIT von 35,7 Millionen Euro. Und jetzt 2022 sind das schon fast 200 Millionen Euro. Also eine sehr schöne Wachstumsgeschichte, Wachstumsstory, die man hier sieht. Also die Gewinne steigen tatsächlich nochmal etwas deutlicher an als die Umsätze. Auch hier wieder ein Blick auf die Prognose. Haben wir jetzt bereits gesehen. Die Gewinne steigen im Prinzip langfristig an. Es gibt immer mal wieder Jahre, wo es ein bisschen schwankt. Aber langfristig geht es hier nach oben. Auch jetzt haben wir eben wieder im Jahr 2023 einen kleinen Rückgang. Das ist hier der Gewinn pro Aktie, der bereinigte Gewinn pro Aktie. Aber wir sollen jetzt hier dann bereits eigentlich für das Jahr 2024 wieder neue Rekordergebnisse erzielen. Und das soll dann auch so drastisch so weitergehen. Also die Prognosen für die Gewinnsteigerung, die sehen auch durchaus sehr, sehr positiv aus. Jetzt werfen wir noch einen Blick auf die Dividende. Nemecek zahlt ja auch eine Dividende. Wir haben aktuell eine Dividendenrendite von 0,6%. Die schwankt natürlich immer, je nachdem, das ist eine aktuelle Zahl. Je nach Kurs, der gerade aktuell an der Börse bezahlt wird, für die Aktie aktuell 0,6%. Wir sehen eine Ausschüttungsquote von, je nach Jahr, wo man anschaut, zumindest mal in den letzten drei, vier, fünf Jahren, zwischen 24 und 33%. Also eine relativ tiefe Ausschüttungsquote. Wir sehen aber auch eine schöne Steigerung der Dividende. Über die letzten fünf Jahre ging es im Durchschnitt um fast 15% nach oben mit der Dividende jedes Jahr. Also das ist durchaus auch ein Unternehmen, wo man sagen kann, das könnte durchaus auch für Dividendenwachstumsinvestoren interessant sein. Also man erzielt jetzt noch nicht so eine hohe Dividende. Durch das, was man jetzt aber investieren würde, profitiert man vom Wachstum, von Kurssteigerungen und hat dann aber auch langfristig irgendwann mal eine schöne, ordentliche, persönliche Dividendenrendite. Man könnte das mal durchrechnen und sagen, jetzt mal in zehn Jahren, wenn das Wachstum so weitergeht, auch die Dividendensteigerung so weitergehen würde, dann hätte man dann auf sein aktuelles Investment eine persönliche Dividendenrendite von 2,9%, was dann durchaus schon ordentlich ist. Also so kann man das handhaben, wenn man in Wachstumsunternehmen investieren will, aber vielleicht künftig dann trotzdem auch mal eine Dividende haben will, dann ist das eine durchaus valide Strategie. Jetzt werfen wir einen Blick auf die Bilanz, auf die Verschuldung von Nemetschek und sehen hier im Prinzip zunächst mal ein sehr gutes Bild. Also wir haben eine sehr solide Bilanz, die Tilgungskraft basierend auf dem Free Cash Flow. Also die verzinsteten Schulden im Verhältnis zu dem Free Cash Flow betragen sehr tiefe 0,8 Jahre. Also in weniger als einem Jahr hätte man durch den Free Cash Flow eigentlich seine Schulden, auf die man Zinsen zahlen muss, komplett zurückbezahlt. Das ist eine sehr, sehr gute Ausgangslage, die man hier hat bei Nemetschek. Die Schuldenquote im Allgemeinen, die geht auch zurück seit einigen Jahren. Das ist auch etwas, das mir gut gefällt. Also eine Effizienz der Schuldenquote aktuell von unter 10%. Das ist sehr tief. Das lässt natürlich Spielraum auch für, wenn man jetzt trotzdem mal ins Wachstum investieren will und Kapital braucht, kann man natürlich sehr gut wieder durch Anleihen Kapital aufnehmen oder man kann durch Bankkredite relativ schnell wieder Kapital aufnehmen, wenn man das braucht. Von dem her eigentlich alles, alles gut. Was mich einfach ein bisschen stört hier an dieser Bilanz, ist einfach der sehr hohe Gutwillanteil. Das muss man einfach so erwähnen. Das kann man nicht ignorieren, weil wir sehen jetzt hier eben diese hellgelbe Balken, das sind fast 550 Millionen Gutwill. Ja, und das ist quasi mehr als das Kernvermögen, das man bei Nemetschek hat. Das ist auch nicht wirklich viel weniger als Cash, Wertpapiere und Kernvermögen zusammen. Also es ist eine ordentliche Summe, ein sehr grosser Anteil am Gesamtvermögen. Und das birgt halt schlussendlich gewisse Risiken. Das kam zustande aufgrund von Übernahmen, die man getätigt hat. Für diese Übernahmen hat man auch einen gewissen Mehrpreis bezahlt. Und wenn das Ganze aufgeht natürlich und diese Übernahmen bereits rentabel sind und Gewinne erzielen, dann ist das alles schön und gut. Aber wenn das nicht der Fall ist, wenn das Übernahmen sind, wo Unternehmen noch im Aufbau sind, wo man zunächst mal aufbauen muss, wo zunächst mal noch Verluste generieren, dann ist das natürlich auch eine gewisse Risikoposition. Aber im Prinzip kann man sagen, zum gewissen Teil kann man das nachvollziehen. Man kann mal ein bisschen recherchieren, was sind das für Unternehmen, die man hier aufgekauft hat in den letzten Jahren. Und in vielen Fällen findet man hier leider keine Gewinnzahlen dazu. Man kann das aber ein bisschen antizipieren, wie sich das Gewinnwachstum bei Nemetschek entwickelt hat. Und das ist relativ stark angestiegen. Und das kam nicht nur aus dem bestehenden Geschäft, aus dem operativen Business, sondern durchaus auch aufgrund von Akquisition. Und deshalb kann man das ein Stück weit auch wieder relativieren. Aktienrückkäufe finden nicht statt bei Nemetschek. Das hat jetzt eigentlich schon seit vielen Jahrzehnten nicht mehr stattgefunden. Kann man eigentlich so ignorieren. Okay, was meinen die Analysten da draussen? Was sind die Ratings? Was sind die Kursziele? Was sind die Prognosen? Es gibt 18 Analysten, die Nemetschek bewertet haben in den letzten drei Monaten. Und da würde ich mal sagen, das Bild ist so verhalten bis teilweise sogar negativ. Also ein Großteil der Analysten empfiehlt die Aktie einfach zu halten, nicht weiter aufzustocken, nicht zu verkaufen. Dann haben wir fünf Analysten, die die Aktie zum Kauf empfehlen und drei Analysten, die die Aktie zum Verkauf empfehlen. Also durchaus nicht ein absolut euphorisches Bild. Meiner Meinung nach hat das damit zu tun, dass die Aktie jetzt einfach schon sehr stark gestiegen ist. Und durch das einfach ein bisschen die Fantasie fehlt für weitere Kursgewinne. Und deshalb wird das Unternehmen so ein bisschen abgestraft hier. Genau, das denke ich mal, das deckt sich dann auch mit meiner Erkenntnis, die man jetzt nachher nochmal anschaut. Per se das Unternehmen sehr gesund, sehr solide aufgestellt. An dem liegt es bestimmt nicht. Aber es nützt einem ja nichts, wenn man ein tolles Unternehmen hat, das gesund aufgestellt ist, aber einfach zu teuer aktuell an der Börse gehandelt wird. Dann hat man natürlich da auch langfristig oder zumindest mal kurz- bis mittelfristig keine Freude daran. Deshalb schauen wir uns mal an. Den fairen Wert von Demercheck kann man natürlich sehr gut bemessen anhand eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses. Jetzt in diesem Fall vielleicht sogar an einem bereinigten KGV im historischen Kontext über zehn Jahre, da man bereits wirklich zehn Jahre profitabel ist. Und da sieht man folgendes Bild. Wir hatten eigentlich in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt ein bereinigtes KGV von ca. 41. Das ist ja schon mal ein relativ stolzer Wert, aber das Wachstum war ja entsprechend auch hoch, von dem her meiner Meinung nach völlig gerechtfertigt. Jetzt aktuell befinden wir uns bei einem bereinigten KGV von etwa 47,4. Also schon mal ein Stück weit über den Durchschnitt. Das signalisiert uns eigentlich per se schon mal eine gewisse Überbewertung. Wir sehen das auch im Umsatz, im Kurs-Umsatz-Verhältnis in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt bei 7,7, aktuell bei 10,6. Also auch hier eher etwas teuer, auch beim Kurs-Cash-Flow. Also im Prinzip, ich fasse mich kurz, bei allen Kennzahlen, die man sieht, würde man aktuell eine gewisse Überbewertung sehen. Wir sehen aber natürlich auch, dass gerade jetzt im Jahr 2020, 2021 sich eine enorme Überbewertung aufgebaut hat. Die konnte dann durch diesen, ja kann man durchaus sagen, durch diesen Crash, wo es dann 60% nach unten ging, wurde dann komplett abgebaut. Und wir hatten jetzt hier wirklich zuletzt Phasen, viele Monate, wo die Aktie durchaus sehr günstig und attraktiv bewertet war. Jetzt aufgrund des letzten Anstiegs ist halt hier schon relativ viel wieder vorweggenommen. Also wenn man hier jetzt noch einsteigen würde, müsste man sich einfach darauf gefasst machen, dass mal vielleicht wieder ein gewisser Rücksetzer kommt. Oder wenn es dann ein bisschen seitwärts läuft, dass dann halt vielleicht einfach nicht mehr allzu viel Überrendite gegen einen Gesamtmarkt erzielt werden kann. Ich habe mir das mal so ausgerechnet, bis Ende 2025 hätte man ein theoretisches Renditepotenzial von 17% inklusive Dividende. Das wäre dann aufs Jahr runtergerechnet. Eine Rendite von 6,3%, die theoretisch realistisch wäre, sofern die Aktie fair bewertet wäre. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt auch weiterhin, wie wir das in den letzten Jahren hatten, eigentlich konstant immer überbewertet sind. Dann wäre natürlich auch mehr Potenzial vorhanden. Aber man muss sich einfach bewusst sein, dass es aktuell sicher kein Schnäppchen ist. Deshalb werfen wir jetzt auch noch einen Blick in die Chartanalyse, um zu schauen, ob gegebenenfalls ein spannender Moment wäre, um einzusteigen oder vielleicht sogar auszusteigen oder sich zumindest abzusichern. Ganz kurzer Unterbruch. Ich wollte dich nur ganz kurz darauf hinweisen, dass ich seit kurzer Zeit auch einen Instagram-Account habe. Du kannst mir folgen auf diesem Account. Matthias Christen ist der Name. Und du hast da die Möglichkeit, mir direkt Fragen zu stellen. Entweder über eine Direct Message oder du kannst auch in meinen Storys, die ich regelmässig poste, direkt mir in den Fragestickers eine Frage stellen. Und da gehe ich dann sehr gerne auch drauf ein. Also, einfach schnell auf Instagram folgen und dann kannst du mit mir direkt Kontakt aufnehmen. Also, vielleicht zuerst mal das Big Picture. Über zehn Jahre, sogar mehr als zehn Jahre, kann man sagen, dass wir uns eigentlich nach wie vor in einem intakten Aufwärtstrend befinden. Das geht eigentlich hier schön nach oben. Wir sehen jetzt aber auch ganz gut zuletzt die Korrektur. Die war wirklich sehr heftig. Und das gab es in den letzten zehn Jahren in diesem Umfeld, in diesem Masse, genau so muss ich sagen, noch nicht. Aber das hat dem Aktienkurz durchaus gut getan. Eben die Überwertung konnte abgebaut werden. Und jetzt schauen wir uns mal an, in diesem kurzfristigen Verlauf, was uns jetzt hier die Chartanalyse verrät. Wir sehen, dass eben jetzt hier ein Abverkauf stattgefunden hat. Von Ende 2021 bis circa Ende 2022 ging es um etwa 60% nach unten. Seitdem hat sich jetzt wieder ein neuer Aufwärtstrend etabliert. Es geht relativ gut nach oben. Und aktuell einfach interessant, das muss man jetzt einfach gut berücksichtigen. Wir befinden uns aktuell in einer etwas heiklen Phase. Und zwar sind wir an eine Widerstandslinie geraten. Wir hatten hier ein relativ markantes Hoch vom circa August, September 2022, dass wir jetzt wieder angelaufen sind. Und aktuell hält sich die Aktie jetzt auch hier seit zwei, drei Tagen. Und das ist immer so eine Hürde, wenn wir an so einen markanten Widerstand laufen, wo man halt aufpassen muss. Weil oftmals passiert dann das, dass die Aktie dann, gerade wenn sie gut gelaufen ist, hier zunächst mal eine gewisse Verschnaufspause einlegt, auch mal ein gewisser Rücksetzer kommt. Der wäre durchaus auch gesund. Wenn wir uns jetzt hier diesen Aufwärtstrend anschauen, sind wir da schon ein bisschen weggelaufen. Also wäre durchaus möglich, dass wir hier zurückkommen. Dann hätten wir hier unten bei circa 67,5 Euro. Wäre bestimmt mal die nächste Unterstützung, die dann angelaufen werden könnte. Das wäre dann jetzt zum aktuellen Kurs etwa minus 10%. Dann haben wir noch etwas weiter unten bei circa 61,7, 61,8 Euro. Hätten wir dann den nächsten Widerstand, aktuell jetzt Support, der dann angelaufen werden könnte. Das wäre dann etwa minus 16%. Also das muss man einfach durchaus in Kauf nehmen, dass mal so eine Korrektur auch kommen könnte. Wir wissen es nicht. Wir haben keine Glaskugel. Unmöglich, das zu wissen. Es kann durchaus auch sein, dass die Aktie jetzt diesen Widerstand hier nimmt, diese Hürde nimmt. Und dann wäre durchaus auch wieder Luft nach oben. Und die könnte durchaus nochmal ein Stück weiter laufen. Das können wir unmöglich sagen. Also jeder, der behauptet, der hat eine Glaskugel an der Börse, der lügt. Und man kann aber feststellen, wo Bereiche sind im Chart in einem Kursverlauf, die zumindest mal darauf hinweisen, dass jetzt vielleicht nicht der Moment ist, um den Helden zu spielen, um hier einfach blind zu kaufen, sondern vielleicht eher mal der Moment, wo man jetzt mal abwarten muss, wie sich der Aktienkurs bewegt. Und je nachdem, was dann für Signale kommen, was dann passiert, kann man dann darauf reagieren. Das ist eine sinnvolle Vorgehensweise, wenn man an der Börse agiert und nicht einfach blind in den Markt reinzugehen, egal was wir gerade für Situationen haben, weil das dann durchaus sehr gefährlich werden kann. Also aktuell eher eine Situation, um vorsichtig zu sein. Vor allem, da wir ja wissen, da die Aktie tendenziell eher etwas teuer bewertet ist. Okay, das zur Chartanalyse. Jetzt kommen wir zum Fazit. Wie immer möchte ich erwähnen, dass das keine Anlageberatung ist. Das ist lediglich meine persönliche Meinung. Es muss sich immer jeder selbst ein Bild darüber machen, über eine Aktie. Du musst wirklich unbedingt verstehen, wie man eigene Aktienanalysen macht, weil es nützt nichts, wenn du jetzt auf YouTube ein Video siehst und dir gefällt das Ganze, du steigst ein, wo steigst du dann wieder aus? Wenn Szenario A passiert, hältst du die Aktie, verkaufst du die, du hast dann einfach keinen Plan. Also du musst unbedingt selbst einen Anlageentscheid treffen, eine Herleitung machen und genau wissen, was dein Investment Case ist. Bist du langfristig investiert, bist du mittelfristig investiert oder nur kurzfristig und entsprechend dessen musst du dann auch deine Ausstiege planen und timen oder entscheiden, dass das ein Investment für die nächsten Jahre ist. Und dann musst du das trotzdem begleiten, um zu schauen, wenn irgendwo Probleme auftauchen, ob dann deine ursprüngliche Investitionsentscheidung immer noch aktuell ist. Also das einfach so als kleiner Einblick. Das ist mir immer sehr wichtig zu erwähnen. Aber jetzt zu meinem Fazit, zu meinem persönlichen Fazit. Also wir haben eine sehr gesunde Bilanz bei Nemecek, muss man so sagen. Wir haben ein starkes Wachstum, punkto Umsatz, punkto Gewinn. Das ist wirklich sehr erwähnenswert. Wir sind auch nach wie vor im langfristigen Aufwärtstrend. Der Aufwärtstrend ist intakt, das sieht gut aus. Die Gründerfamilie, die ist immer noch stark involviert, hält einen Grossteil der Anteile von Nemecek. Wir sind in einem zukunftsgerichteten Geschäftsfeld unterwegs. Also es ist kein Thema, wo man sagen muss, das wird jetzt in den nächsten Jahren nicht mehr gefragt sein. Ganz im Gegenteil. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und wir kommen in ein sehr spannendes Konstrukt rein, dass wir immer mehr wiederkehrende Umsätze sehen. Also wir kommen weg von diesem einmaligen Lizenzverkauf von Software hin zu einem Mietdienst. Also wo man sich die Software mietet, dafür immer die neueste, aktuellste Version hat. Und dafür aber monatlich, quartalsweise oder jährlich immer wieder bezahlt. Und das ist zum einen natürlich für den Kunden praktisch, aber noch viel praktischer, noch viel besser für das Unternehmen. Weil man seine Umsätze und Gewinne relativ gut prognostizieren kann. Und das hilft einem Unternehmen natürlich enorm. Negativ zu werten ist sicher mal die stolze Bewertung, die wir aktuell schon wieder aufgebaut haben. Es gab eine Phase, wo das Unternehmen jetzt wirklich über eine gewisse Zeit sehr attraktiv bewertet war. Da sind wir jetzt schon wieder ein bisschen weg. Das heisst nicht, dass die Aktie trotzdem weiter steigen kann. Ganz klar. Also wenn man die Aktie hat, jetzt vielleicht nicht einfach blind verkaufen, sondern wirklich einfach, ja, da muss man einfach seinen Plan haben. Wann ist man langfristig aufgestellt oder nicht. Aber für den Einstieg einfach aktuell ein bisschen gefährlich. Wir sind jetzt eben auch charttechnisch an eine Widerstandszone geraten, wo wir jetzt nicht genau wissen, was passiert. Wo man das Ganze sehr gut beobachten muss. Wir sehen auch einen sehr hohen Goodwill-Anteil in der Bilanz. Also der ist wirklich sehr hoch. Das ist nicht nur ein Drittel des Gesamtvermögens, sondern es geht dann fast Richtung 40, 50%. Das ist natürlich ein gewisses Risiko, muss man so sagen. Aber durch das, dass die Unternehmen, die man aufkauft, auch in den meisten Fällen bereits profitabel sind, dann kann man das auch wieder ein bisschen relativieren. Wir sehen auch, dass kurzfristigen Gewinnrückgang ersichtlich ist. Die Marge ein bisschen zurückgeht. Es ist aber wirklich nur eine kurzfristige Kritik. Im Prinzip nicht mal unbedingt eine Kritik, denn es ist ja eigentlich, langfristig kommt uns das zugute. Das ist jetzt eigentlich ein einmaliger Effekt. Ich habe das jetzt hier extra reingenommen, damit ich das einfach nochmal erwähnen kann. Dass man jetzt hier damit rechnet, dann muss das einfach im Jahr 2023 der Gewinn auch mal ein bisschen zurückgehen. Hat aber nichts damit zu tun, dass das Unternehmen nicht gut wirtschaftet, sondern einfach aufgrund einer Strategieentwaltung. Also, das war es zu meiner Analyse. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir ein Like da lässt für dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Wenn du mir ein Abo da lässt, es kommen immer wieder neue solche Videos, Analysen und Einblicke zum Thema Aktien und Börse. Und wenn du auch lernen willst, wie man Aktien analysiert, wie man entscheidet, wann man einsteigt, wann man wieder aussteigen soll. Vielleicht grundsätzlich mal stellst du fest, hey, habe ich überhaupt eine Strategie für mich? Oder kaufe ich immer noch Bauchgefühl und dann bin ich vielleicht unsicher, wann ich wieder aussteigen soll? Oder einfach, wenn du merkst, du brauchst einen Plan, du brauchst jemanden, der dir zeigt, wie man eine sinnvolle Strategie aufstellt, damit du langfristig hier wirklich von steigenden Aktienkursen profitieren kannst. Dann schau doch mal vorbei auf www.matthiaschristen.com und melde dich an für ein kostenloses, unverbindliches Strategiegespräch. Dann schauen wir uns mal an, wo du stehst. Und da kann ich dir mal zeigen, wie so ein Plan aussehen kann für dich, ganz individuell. Und dann kannst du dir das überlegen, ob das etwas ist für dich, ganz unverbindlich. Nimm doch diese Chance wahr. Und ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, dein Matthias Christen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.